Hallo Jena! Heute wieder eine ganze Reihe von Themen und guten Nachrichten. Ich möchte beginnen am Dienstag. Da sind viele Dinge passiert und wir haben begonnen mit der Vorstellung der Übergabe der ehemaligen Frauenklinik im Bachstraßenareal als eine neue Flüchtlingsunterkunft, die jetzt an den Start gebracht werden konnte. Das war ein Kraftakt vieler beteiligter Akteure, denen hier allen ausdrücklich gedankt sei. Allen voran der Freistaat, die Universität, das Universitätsklinikum und auf Seiten der Stadt das ganze treibend und koordinierend das Dezernat von Christian Gerlitz und er selbst persönlich, der da sehr, sehr viel organisiert und Akteure zusammengebracht hat. Unterstützt dann auch unterwegs von KJ und KSJ, die ihre Hausmeister mit ins Spiel gebracht haben. Also viele, viele Player, die an der Stelle dafür gesorgt haben, dass wir ein Gebäude, das von allen Medien schon abgeklemmt war, kein Strom, kein Wasser mehr angeschlossen, das ist alles wieder reinstalliert worden, um Flüchtlinge in einem größeren Gebäude gut unterbringen zu können. Weil sie alle wissen, dass der Wohnungsmarkt alleine das im Moment in Jena nicht abbilden und aufnehmen könnte. Wir sind hoch dankbar all denjenigen nach wie vor, die privat Menschen bei sich aufgenommen haben und ihnen eine gute Unterkunft bieten. Aber wir wissen natürlich, dass da auch mit ablaufender Zeit jetzt der Druck langsam steigt, dass man vielleicht das Kinderzimmer wieder für die eigenen Kinder haben will. Vielleicht ist es auch einfach ein bisschen eng miteinander und wir vermuten schon, dass wir da auch zusätzliche Bedarfe in Zukunft noch sehen werden, die auf die Stadt zukommen. Und es gibt ja auch, wenn nicht mehr so stark wie zu Beginn weiteren Zustrom an Geflüchteten in die Stadt Jena. Das ist am Ende sogar vergleichsweise günstig gewesen. Es hat um die 200.000 Euro gekostet, ist immer noch viel Geld. Aber gemessen daran, dass man hier ein ganzes Gebäude, wo Stand jetzt 150 Flüchtlinge unterkommen können, das ist noch erweiterbar auf bis zu 250. Dafür ist es dann wieder vergleichsweise günstig und wir sind hoch dankbar dem Freistaat und der Uni und dem Klinikum, dass sie diese Immobilie verfügbar gemacht haben. Und zwar kostenfrei. Also wir müssen da als Stadt, die die Flüchtlinge unterbringen, keine Miete oder irgendetwas vergleichbares zahlen. Und dann möchte ich den Dank gleich doppelt aussprechen. Das hat den sehr, sehr guten Effekt, dass wir ab jetzt Flüchtlinge nicht mehr in Notunterkünften in Turnhallen unterbringen müssen. Die letzten etwa 70 sind eben aus der Turnhalle in Göschwitz in die Frauenklinik umgezogen und sind dort jetzt eben nicht mehr in einer Notunterkunft untergebracht, was wir eigentlich möglichst immer vermeiden wollten für einen gewissen Zeitraum, ging es halt nicht anders. Und natürlich stehen dann die Turnhallen jetzt wieder denen zur Verfügung, die sie ja dringend brauchen, den Schulen und den Vereinen, die dort Sport machen wollen. Wir haben übrigens bei der Besichtigung dort vor Ort auch einzelne Geflüchtete treffen und sprechen können. Und mich hat besonders das Gespräch mit Svetlana beeindruckt. 66 Jahre ist mit ihrer Tochter und ihren Enkeln hierher gekommen nach Jena, die uns, ohne dass wir auf diesen Punkt hingesteuert hätten im Gespräch erzählt haben, hat, dass sie sehr, sehr gern nach Jena gekommen ist, dass sie schon seit Mitte März in Deutschland ist, an einer anderen Stelle in Thüringen, ich sage jetzt nicht wo, und sich dort nicht so gut aufgehoben gefühlt hat und aber irgendwie erfahren hat, dass sich das in den Kreisen der Flüchtlinge wohl rumgesprochen hat, dann solltest du nach Jena gehen. Dort wirst du gut aufgenommen, dort wirst du gut untergebracht. Und das quasi ungefragt von ihr so erzählt zu bekommen und sie hat das dann auch unterfüttert, warum das so ist, gibt uns als Stadt, glaube ich, recht in der Linie, die wir hier fahren und zeigt uns auch, dass wir offenbar viele Dinge richtig gemacht haben und richtig machen, weil sich das schon rumgesprochen hat, dass die Stadt Jena sich um die Geflüchteten, die hier ankommen, besonders gut kümmern. Und das leitet mich über zum zweiten Thema, dass ich heute kurz in den Fokus rücken will. Ich hatte es letzte Woche angekündigt, jetzt hat es stattgefunden am Dienstag, der zehnte Tag der Vielfalt. Dieses Jahr unter dem Motto Vielfalt verbindet und wir waren als Stadt und mit vielen, vielen Akteuren wieder dabei und ich verknüpfe das deswegen, weil wir ja den Anspruch haben und den Anspruch auch leben, eine bunte, eine vielfältige, eine internationale und eine weltoffene Stadt zu sein, sein zu wollen und auch tatsächlich zu sein. Und man sieht, es ist nur eine Einzelbegebenheit, das Gespräch mit Svetlana, aber man sieht, dass wir da offensichtlich viele Dinge richtig machen und das sind wir eben nicht nur als Stadt, sondern das sind die vielen, vielen Akteure dabei, die uns dabei unterstützen. Wir geben die Linie vor als Stadt, in der Stadtspitze, Verwaltungsspitze. Wir wollen das so leben. Wir wollen auch selbst diverser werden. Wir wollen ein Spiegel der Gesellschaft sein und eben auch nach außen und weit überregional das Bild einer Stadt vermitteln, dass Menschen mit Migrationshintergrund, die international zu uns kommen, um zu bleiben, hier höchst willkommen sind. Dass wir sogar aktiv darum werben, dass sie zu uns kommen. Und ich will Ihnen – das dauert jetzt ein paar Sekunden, das alles vorzutragen – mal die Akteure nennen, die an diesem Tag der Vielfalt beteiligt waren, damit sie ein Gefühl dafür kriegen, wie viele solcher Vereine und Netzwerke wir hier in der Stadt haben. Und auch die, die ich jetzt nenne, die aktiv dabei gewesen sind beim Tag der Vielfalt, sind ja nur stellvertretend für noch viele, viele mehr, die es gibt. Also mein ganz herzlicher Dank – das muss ich jetzt ablesen, das kann ich mir nicht alles auswendig merken – geht an die Kindersprachbrücke, geht an das eine Welthaus Jena, geht an die Universität Jena und den USV, den Universitätssportverein, gilt an das Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft, geht an das Mehrgenerationenhaus der AWO, geht an den Andersgleich e.V., an die AIDS-Hilfe Weimar, die sich auch hier zu dem Tag engagiert hat, an ein Dach für alle e.V., an die Fachstelle für interkulturelle Öffnung der AWO, an ECOS, an UMEX, an das Verbundprojekt INTEGRA, an das Saale-Betreuungswerk der Lebenshilfe in Jena, an das Projekt BIWAK, an den Querwege e.V., an das GLEX und an das Welcome Center Jena, wo wir die Eröffnungsveranstaltung gemacht haben. Und wie gesagt, es gibt viele weitere Partner, die sich jetzt nicht konkret an diesem Tag mit engagiert haben, aber ich will hier mal zwei noch nennen. Die Bürgerstiftung und bei der Stadt die Antidiskriminierungsstelle. Und all diese Partner und Akteure sind an dem Thema Diversität, an dem Thema Vielfalt dran im Kampf gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung, gegen Fremdenfeindlichkeit. Und da sehen Sie und all die, die jetzt nicht mitgenannt wurden, sind noch dazu gedacht, wie breit wir da aufgestellt sind und dass das mehr ist als nur ein verbal vorgetragener Anspruch, sondern dann ganz konkret und nachvollziehbar auch gelebt an diesem einen Tag der Vielfalt. Und wir haben natürlich den Wunsch und die Hoffnung, dass wir hier in Jena jeden Tag zu einem Tag der Vielfalt machen. Nur eben nicht jedes Mal mit solchen Aktionen, sondern im Alltag. Ein drittes Thema. Die Leuchtenburg steht schon sehr lang, aber hat ein Jubiläum gefeiert 15 Jahre und zwar auch am Dienstag dieser Woche 15 Jahre, seitdem die Stiftung Leuchtenburg existiert. Das ist maßgeblich Sven-Erik Hitzler, der die Stiftung gegründet hat. Herr Hitzler kam mit einer Vision auf die Burg, schon längere Zeit vorher verliebt in die Burg, nach eigenen Bekunden und kam mit der Vision, man muss die Burg erhalten, aber nicht nur erhalten, sondern man sollte sie auch behutsam umbauen, Tradition mit Moderne verbinden. Das können Sie alle sehen, was sich da in den letzten Jahren alles getan hat. Dass der Steg der Wünsche gebaut wurde, dass das Aussichtsgebäude mit den großen Panoramafenstern in moderner Architektur mit der Burg verbunden wurde. Ganz phänomenal die Porzellankirche, die, wenn sie noch nicht da gewesen sind, Sie sich unbedingt mal anschauen sollen. Insgesamt eine sehr gelungene Mischung zwischen Alt und Neu, zwischen Tradition und Modern. Im Entstehen nicht immer unumstritten, aber man sieht jetzt nach 15 Jahren, wie die Vision, die Herr Hitzler hier mitgebracht hat, in den 15 Jahren auch über manche Widerstände hinweg zu etwas ganz Großartigem geworden ist. Und Teil der Vision ist eben, die Burg zu verbinden mit dem Thema Porzellan und das in allen möglichen Spielarten miteinander zu verquicken. Und das lohnt immer, als auch vorher schon, aber jetzt noch viel mehr, einen Ausflug auf die Leuchtenburg. Da ist außer Herrn Hitzer zu erwähnen Frau Kaiser, die Geschäftsführerin der Burg, die mit Werf und Kraft und Ausdauer und auch viel, viel Kommunikation nach außen das alles mit vorangetrieben hat. Und die beiden ganz tatkräftig unterstützt über die gesamten 15 Jahre von Wolfgang Fiedler, dem ehemaligen Landtagsabgeordneten, der sich auch der Sache der Burg verschrieben hat, mit Leib und Seele die Königin des Saaletals, wie die Burg gern genannt wird, schöner zu machen, vor dem Verfall zu retten und viel, viel mehr als das zu tun und für neue Besuchergruppen zu erschließen. Und damit ein Zeichen, ein Symbol auch zu setzen auf dem Berg, das weit, weit überregional Menschen anzieht. Das ist am Dienstag mit einem großen Festakt gefeiert worden, diese 15 Jahre. Es war der Ministerpräsident da, Herr Ramelow. Es war auch die ehemalige Ministerpräsidentin da, Frau Lieberknecht und viele, viele weitere Gäste, die diesen Festakt beigewohnt haben. Und wenn man das Ganze jetzt noch in den zweiten Kontext stellt, dass wir ja auch zwischen der Stadt Jena und dem Landkreis in Sachen Tourismus viel enger noch zusammenarbeiten wollen, als das bisher schon der Fall war. Und dann das Ganze verbinden können, indem wir gemeinsam die Stadt Jena mit allem, was wir an urbanem Tourismus anbieten können, aber eben auch Naturtourismus drumherum, auf den Kernbergen, entlang der Saale und da, was der Landkreis an dieser Front mit einbringen kann und eben diese einzigartige Burg. Und mit diesem Gesamtportfolio wenden wir unsere Blicke in Richtung Norden und schauen in Richtung Saale-Unstruth-Verband und spielen das Wein-Thema dann künftig vielleicht zusammen. Dann kann genau die Leuchtenburg da auch ein Kern, ein Nukleus einer Tourismusstrategie sein, die wir hier gemeinsam zwischen Stadt und Landkreis und dem Burgenlandkreis verfolgen in Zukunft. Also das war eine wichtige Zäsur, ein wichtiger Festakt zu diesem 15-jährigen Jubiläum. Allen dreien Wolfgang Fiedler, Frau Kaiser und Herrn Hitzer, herzlichen Dank für das Erreichte in den letzten 15 Jahren und ich glaube, das ist erst der Anfang von noch viel, viel mehr. Ja, dann ein Thema, das von gestern her rührt. Am gestrigen Donnerstag waren wir mit einer etwa 35 bis 40 personenstarken Delegation in Erlangen unterwegs zu Gast und haben die Städtepartnerschaft unserer beiden Städte weiter gepflegt. Sie wissen ja, dass neben den Urhebern, die die Städtepartnerschaft damals 1987 vor der Wende schon aus der Taufe gehoben haben und natürlich nach wie vor dabei sind, wenn die regelmäßigen Austausche stattfinden, insbesondere zum 3. Oktober, gibt es ja inzwischen auch sehr, sehr enge Beziehungen zwischen Jugendverbänden. Die Jugendparlamente zum Beispiel sind eng miteinander verknüpft zwischen Kulturvereinen und Kulturschaffenden, zwischen Sportlerinnen und Sportlern und die Kirchen sind sehr aktiv im Leben, im tatsächlichen Leben der Städtepartnerschaft und wir waren gestern mit einer Delegation von Unternehmerinnen und Unternehmern da, weil es mir wichtig ist, auch auf dieser Ebene die Städtepartnerschaft zu pflegen, Kontakte herzustellen, voneinander zu wissen, genau zu kennen und zu sehen, was der jeweils andere da so tut und deswegen haben wir uns mit dieser ziemlich großen Delegation gestern verschiedene Dinge in Erlangen angeschaut. Wir waren im Max-Planck-Institut, das sich mit der Physik des Lichts beschäftigt und haben dort sehr, sehr tiefe Grundlagenforschung gesehen und präsentiert bekommen, die jetzt vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auch sehr konkrete Anwendungsfälle sehen wird, wo man in Schnellverfahren sehr zielgenaue Diagnosen auch herstellen kann, ist jemand Covid-19 infiziert oder nicht und möglicherweise auch Therapiemöglichkeiten sich daran anschließen können. Also sehr, sehr vielversprechende Grundlagenforschung, die wir gesehen haben. Es ist ein Unternehmen besucht worden, HydroGenius, das sich um die Bindung und den Transport von Wasserstoff bemüht, dass man in großen Mengen Wasserstoff transportabel über längere Strecken machen kann und das wissen Sie ja, dass Wasserstoff neben den Themen Elektromobilität ein ganz großes Energie-Zukunftsthema sein wird und wir haben uns den neu entstandenen beziehungsweise immer noch neu entstehenden Siemens Campus angeschaut. Die Firma Siemens mit ihrem großen Sitz in Erlangen macht etwas Vergleichbares wie bei uns hier die Firma Zeiss. Sie schafft und konzentriert einen neuen Unternehmensstandort, dort flächenmäßig noch viel größer als hier, dort reden wir von 54 Hektar, auf denen das passiert und das haben wir uns mal vorstellen lassen, was da bislang schon passiert ist und in den nächsten Jahren noch ansteht. Sehr beeindruckend und dann waren wir natürlich auf der Bergkirchweih. Wenn die läuft und man fährt nach Erlangen, dann muss man da natürlich auf den Berg und da war gestern gerade der Bieranstich. Oberbürgermeister Janik hat uns da mit eingeladen zum Bieranstich und dann noch zum Verweilen natürlich auf der Bergkirchweih. Und ich habe bei der Gelegenheit auch die Bürgermeisterin von Riverside, einer weiteren Partnerstadt von Erlangen kennenlernen dürfen in Kalifornien, Patricia Dawson und da hat sich wieder mal ein schönes Dreieck aufgespannt zwischen den beiden Partnerstädten Erlangen und Jena und einer dritten, die Erlangen als Partnerstadt hat, nämlich Riverside. Das war ein sehr, sehr guter Austausch und insgesamt für alle, die auf der Delegation mitgefahren sind, ein großartiger Tag, sowohl im, ich sag mal quasi dienstlichen, als auch dann auf dem Berg. Ja, dann habe ich noch zwei gute Nachrichten für Sie, die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Eine kurzfristig, eine, die sich längerfristig auswirken wird. Mal beginnen mit der diesjährigen Runde des Bürgerbudgets. Es stehen wieder 100.000 Euro zur Verfügung, die ausgegeben werden können zur Umsetzung Ihrer Vorschläge. Wenn Sie Anregungen haben, reichen Sie die gerne ein. Es gibt ein paar Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit die Vorschläge gültig sein können. Sage ich Ihnen kurz, dann können Sie ja mal abwägen, ob das, was Sie sich vorstellen, in diese Kategorien reinfallen würde. Die Umsetzung eines einzelnen Vorschlages darf nicht mehr als 10.000 Euro kosten. Klar, damit innerhalb des Hunderttausender Budgets auch ausreichend viele zum Zug kommen können. Es muss etwas sein, was der Allgemeinheit dient und es sollte etwas sein, was sich entweder im öffentlichen Raum abspielt oder was in öffentlich zugänglichen Bereichen passiert und oder der Allgemeinheit kostenfrei zur Verfügung stehen soll. Über all solche Vorschläge freuen wir uns sehr, wenn Sie sie einreichen. Das geht in diesem Jahr online erstmalig über die Beteiligungsplattform. Da blenden wir Ihnen die Internetadresse noch ein und es ist dazu eine Registrierung erforderlich. Also es ist ein Schritt nötig, den wir vorgeschaltet haben, aber das lohnt sich in mehrfacher Hinsicht, weil sowohl für dieses Bürgerbudgetverfahren die Abstimmung auch auf dieser Plattform dann stattfinden soll und spätestens dann würden Sie sich ohnehin registrieren müssen. Und es wird in Zukunft auch so sein, dass generell die informellen Beteiligungsverfahren der Stadt, wo Sie Ihre Meinung mit einbringen können, über diese Beteiligungsplattform abgewickelt werden sollen. Insofern gehen Sie diesen Schritt jetzt einmalig, registrieren Sie sich da gern und dann können Sie sehr gern Ihre Vorschläge für das diesjährige Bürgerbudget einbringen. Und ein weiterer Punkt viel, viel größer noch in der Auswirkung, aber dauert auch etwas länger noch, Glasfaserausbau. Wir sind schon länger dabei mit den Stadtwerken, die sind da schon seit 2016 dran, das umzusetzen, dass in den Gebäuden mehrerer Wohnungsgesellschaften in Jena, das betrifft etwa 16.000 Haushalte, Glasfaser gelegt wird durch die Stadtwerke. Und jetzt ist es den beiden Dezernenten Christian Gerlitz und Benjamin Koppe und ihren Häusern gemeinsam gelungen, in Verhandlungen mit der Telekom dafür zu sorgen, dass noch weitere 45.000 Haushalte und damit am Ende praktisch alle in Jena und auch die meisten Gewerbestandorte in Jena mit dem Ausbauziel 2026 an Glasfaser angeschlossen sein werden. Da werden dann Übertragungsraten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde möglich sein und mit dieser flächigen Erschließung praktisch aller Privathaushalte und auch nahezu aller Gewerbestandorte, wäre Jena mit diesem Erschließungsgrad bundesweit eine der ersten Großstädte, die diesen Standard anbieten kann. Wie gesagt, es dauert noch ein Weilchen bis 2026, aber andere werden noch deutlich länger brauchen und diesen Standard dann zu haben für unseren Standort ist sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht, aber eben vor allem auch für Sie alle, die Bürgerinnen und Bürger, ein riesen Quantensprung. Und da freue ich mich außerordentlich und bin den beiden Dezernenten überaus dankbar, dass Sie das gemeinsam mit der Telekom haben verhandeln können. Und natürlich auch der Dank an die Stadtwerke für all die Haushalte, die Sie bisher schon ans Netz genommen haben und noch nehmen werden. Ja und mit diesen sehr, sehr guten Nachrichten möchte ich dann für heute auch bewenden lassen. Das waren wieder viele Themen. Ich wünsche Ihnen angenehme Feiertage über Pfingsten. Genießen Sie das etwas längere Wochenende, erholen Sie sich gut, treffen Sie Ihre Freunde, Bekannten, Verwandten und wir sehen uns dann hier an dieser Stelle nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin bleiben Sie schön gesund und machen Sie es gut.